moin meine freunde was geht heute packen wir wieder ein paket von summer come aus genau mit dem code mori01 spart ihr schon mal 10 prozent und dann let's go ich hab zwei dosen weil im moment der sale ist mir geholt hier genau stellen wir mal hier schön hin genau dann haben wir hier einmal die vier verpackungen die zwei dosen und hier wird vermutlich der gute shaker sein ja genau jetzt erst mal a smr profi passt mal auf erst mal zeige ich euch noch mal was bei dem paket jetzt dabei war das ist einmal das starter set da er für ich glaube 43 euro das ist einmal so eine dose dabei ein geiler shaker weil ihr wisst ja vom letzten mal der shaker hier der ist bisschen kleiner im vergleich aber ist auch sehr gut meiner meinung nach wieder von jeder sorte noch mal so ein test einmal das dann halt noch mal hab ich mir jetzt mal extra geholt weil er war halt im angebot von 30 euro auf 10 euro reduziert und mit meinem code auch noch noch mal 10 prozent krieg jetzt nicht auf oder doch krieg ich auf jetzt habe ich mal wasser reingefüllt finde ich sieht schon mal geil aus noch mal mini peach aktivieren und jetzt schicken ist auf jeden fall geil wie immer schaut auf der seite vorbei ihr habt den link in der beschreibung ciao 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 ciao